Heute geht es um einen richtig coolen Parallax bzw. Gallery-Effekt, den ihr auf jeder Webseite ohne Probleme integrieren könnt. Ihr seht, wenn ich meine Maus bewege, bewegen sich diese Bilder mit und auch wenn ich einen Mouse-Over-Effekt benutze, bewegen sich diese Bilder wunderbar mit. Wie ihr diesen Effekt selbst machen könnt, das seht ihr in diesem Video, also los geht's. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Wie ihr gerade gesehen habt, bauen wir einen richtig coolen Gallery-Effekt und das Ganze ist ziemlich einfach nachzumachen. Ihr braucht dafür JavaScript, HTML und CSS, hier mit dem Pre-Processor Sass. Wenn ihr damit noch nicht gearbeitet habt, ist das aber auch nicht tragisch. Ich erkläre sowieso ziemlich viel in diesem Video, komplett von Null. Ansonsten, wenn ihr Fragen oder Probleme habt, ganz oben in der Videobeschreibung wie im Eindruck zu Discord. Dort könnt ihr der Community Join Fragen stellen, Fragen beantworten, euch mit Gleichgesinnten austauschen oder einfach mal Hallo sagen. Ansonsten, ja, verlieren wir jetzt keine Zeit und bauen einen richtig coolen Effekt. Auf geht's! So und los geht's wie in jedem meiner Tutorials mit einer kleinen Setup-Erklärung. Hier sehen wir Visual Studio Code mit meiner Standard-Entwicklungsumgebung. Hier in der Seite seht ihr Chrome. Ansonsten, wenn ihr nicht wisst, was das hier alles an der Seite ist, unten in der Videobeschreibung ist ein Video verlinkt. Dort erkläre ich das alles, da könnt ihr euch das auch per GitHub auschecken und quasi genau hier starten. Das Einzige, was ich bisher verändert habe, ist, dass ich hier einen Image-Ordner in unserem Assets-Ordner erstellt habe, wo einfach fünf Bilder drin liegen. Weil irgendwo braucht man Bilder, wenn man eine Gallery bauen möchte. Ansonsten habe ich hier nichts wirklich verändert. Unsere Style-CSS ist quasi leer, die Index-HTML ist quasi leer und auch die Main.js ist quasi noch nicht wirklich gefüllt. Damit fangen wir jetzt aber an. Also los geht's! So und los geht's als erstes mit unserem HTML-Part. Und zwar brauchen wir als erstes hier irgendwie eine Galerie. Das besteht aus einer Div-Box mit der Klasse Galerie. Ansonsten haben wir jetzt einfach ein Bild hier drin. Das ist einfach ein Image-Tag mit einer Source. Diese Source ist halt eins unserer Bilder. Und natürlich haben wir in einer Galerie nicht nur ein Bild, sondern in meinem Fall fünf. In dem Moment speichere ich das ab und wir haben jetzt hier fünf Bilder, die schon ziemlich groß angezeigt werden. Und die sollten wir jetzt erstmal ein bisschen stylen, weil mehr HTML brauchen wir gar nicht. Also das ist alles, was dieses Video quasi an Inhalt in HTML benötigt. So und los geht's mit unserem Style-Part. In unserer Style.s-CSS erzeuge ich mir jetzt eine Klasse. Diese Klasse heißt Gallery, damit wir die quasi ein bisschen gestalten können. Hier sage ich, ich möchte jetzt mit Flexbox alles positionieren, nutze hier Row und sage aber auch Flex Wrap, dass sich das quasi umbrecht, wenn wir in einem kleineren Bildschirm sind. Das speichere ich jetzt ab und in dem Moment verändert sich hier aber nicht so wirklich viel, weil wir ja das Ganze mit Wrap umbrechen. Was wir aber machen möchten, ist ein Abstand zwischen all unseren Bildern. Das machen wir mit Gap 2 Rem und wir sorgen dafür, dass alles schön zentriert wird. Das machen wir mit Justify Content Center und Align Item Center. Ebenfalls möchte ich, dass wir einmal eine Weite von 100 Prozent bekommen. Also unsere Galerie soll über die gesamte Seite gehen und auch ein bisschen Inabstand bekommen, in meinem Fall 5 Rem. In dem Moment kriegen wir hier oben Abstand und wenn ich jetzt runterscrolle, kriegen wir hier unten auch Abstand. Jetzt müssen wir natürlich unsere Bilder ein bisschen anpassen. Dafür greifen wir direkt auf unser Image zu und in unserem Image sage ich als erstes, okay, wir wollen eine Weite, jedes Bild soll eine feste Weite bekommen und jedes Bild soll auch eine feste Höhe bekommen. In dem Moment seht ihr aber, irgendwie ist das hier verzerrt. Und das ist der erste Punkt, weil wir gerade die Bilder fest definieren und diese Größe ist ungleich quasi unserer Bildergröße. Um das als alles richtig schön wieder auszurichten, benutzen wir hierzu ein CSS-Befehl und zwar Object Fit Cover. Und in dem Moment sieht wieder alles richtig schön aus und unsere Bilder sind wunderbar gestaltet. Was wir jetzt noch machen, ist rein optisch. Ich sage, ich möchte gerne hier ein bisschen Border Radius haben und ich möchte auch schon meinen ersten kleinen Effekt definieren. Und zwar sage ich, okay, wenn wir mit der Maus über eins unserer Bilder drüber gehen, das mache ich mit so einem Und-Doppelpunkt-Haber, dann möchte ich das Ganze skalieren auf 1,1 der Größe. Um das Ganze dann auch ein bisschen dynamischer zu halten, weil jetzt springt das so, füge ich mir noch ein Transform mit Scale. Also ich möchte nur Scale transformieren mit 250 Millisekunden und ein Ease-In-Out. In dem Moment, wenn ich das abspeiche, haben wir jetzt hier eine Animation, wenn ich mit der Maus über so ein Bild drüber gehe. Das ist schon mal ziemlich simpel, ziemlich einfach und sieht schon mal ganz nett aus. Ein Problem gibt es allerdings noch und zwar sind hier unter dem Bild so ein ganz bisschen Abstand. Das sieht man jetzt nicht, aber wenn ihr andere Hintergrundfarben habt, kann das passieren. Um dem quasi vorzubeugen, benutze ich hier Vertical Align Bottom. In dem Moment verändert sich nichts, aber ihr habt einen Fehler ausgemerzt, der hier unten manchmal für so Fragmente sorgen würde. Ansonsten geht es jetzt los mit dem eigentlichen Effekt, aber dafür möchte ich euch erstmal etwas erklären. So und zwar, wenn wir unseren Effekt angucken, haben wir ja gerade ein paar Bilder generiert. Das sind hier einfache Image-Tags und die erzeugen uns ein Bild, mehr auch nicht. Wir wollen ja dieses Bild später animieren. Wir wollen so einen Parallax-Effekt da reinbauen, aber im besten Fall ohne irgendwie so ein Offset da rein zu integrieren mit irgendwelchen Diff-Boxen, sondern wir wollen wirklich nur dieses Image-Tag bewegen. Um das zu ermöglichen, brauchen wir jetzt eine Größe. Zum Beispiel sagen wir, dieses Bild ist 250 Pixel weit und 320 Pixel hoch. Wenn wir jetzt hingehen und dieses Bild in der Größe verändern, beispielsweise 200 Pixel in der Weite und 250 Pixel in der Höhe, dann seht ihr, dass unser Bild, unser eigentlich physikalisches Bild, größer ist als unser angezeigtes Bild, das wir im Browser darstellen. Weil nur noch dieser kleine, klammernblaue Bereich ist wirklich den, den ihr später seht. Der Rest wird abgeschnitten. Und wir können das Ganze jetzt editieren, indem wir einen neuen Wert verwenden, nämlich Object Position. Und dieser Wert Object Position besteht aus beispielsweise 50%, 50%, was uns eine Zentrierung unseres Bildes innerhalb unseres Image-Tags ermöglicht. Wir können jetzt aber hingehen und beispielsweise diese Zahl auf 100% editieren. Das sorgt dafür, dass unser Bild sich bewegt. Und genau diese Animation, diesen Effekt, wollen wir uns zunutze machen, indem wir an diese Prozentzahl unseren Mauszeiger beenden. Das ist quasi der Plan, den wir haben für unser Effekt. Und wie das alles jetzt in der Realität funktioniert, gucken wir uns jetzt mal an. So, dann wollen wir uns doch mal angucken, was wir gerade gelernt haben, wie das Ganze in der Praxis aussieht. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel unseren Befehl, den wir uns gerade angesehen haben, nämlich Object Position einfüge und sage 50%, 50% und speichere das ab, verändert sich nichts, weil unsere beiden Achsen, also X und Y, weiterhin 50% sind und damit zentriert. Wenn ich jetzt hier allerdings ein 100% draus mache, dann seht ihr, unsere Bilder sind ein bisschen verschoben worden. Und dieses Verhalten machen wir uns zunutze, indem wir jetzt in JavaScript eine Animation daraufgehend aufbauen werden. So, los geht's mit dem eigentlich coolen Part dieses Videos, und zwar der Animation in JavaScript. Als erstes brauchen wir hierfür natürlich eine Liste aller unserer Bilder. Alle, die schon länger auf meinem Channel sind, wissen, wir stellen uns eine Variable Images, greifen dann auf document.queryselector zu und sagen hier, gib mir bitte mal alle Bilder zurück, also alle Image-Tags, die in unserer CSS-Gallery-Klasse liegen. Damit haben wir hier unter Images jetzt eine Liste von Bildern und wir können jetzt auf ein Event zugreifen, und zwar auf mouse-move, übergeben hier das Event. Man könnte jetzt auch mit irgendwie einem Animation-Frame oder irgendwas arbeiten, würde ich persönlich nicht empfehlen, weil in dem Moment, wenn sich die Maus nicht bewegt, muss ja nicht unbedingt was animiert werden und so spart man sich ein bisschen Ressourcen ein. Ansonsten, ja, hier drin können wir jetzt unsere Console.log aufrufen und sagen hier zum Beispiel Event und wir wollen ja auf unsere X-Position zugreifen, in dem Moment sage ich Punkt, Client X, speichere das ab und in dem Moment passiert hier noch nichts, jetzt, weil ich hier das falsch geschrieben habe, so ist natürlich richtig, jetzt bewegt es sich. Das kann man natürlich schöner schreiben, indem wir sagen, wir würden gerne eine Variable definieren, und zwar eine Variable aus unserem Event und jetzt kann ich hier auf unser Client X zugreifen, wenn ich das bewege, kriegen wir immer noch die X-Position ausgegeben. Das nächste, was wir brauchen, einen Prozentwert, weil unser Befehl, den wir animieren möchten, Object Position, wird in Prozent angegeben, ganz rechts ist 0%, äh, ganz links ist 0%, ganz rechts ist 100%, deswegen brauchen wir einen Prozentwert. Diesen berechnen wir uns ziemlich simpel, indem wir sagen, wir haben eine Variable Prozent und diese Variable Prozent greift in unserem Fall auf eine Funktion zu und diese Funktion erwartet unsere X-Position als Parameter. Diese Funktion müssen wir natürlich definieren, das mache ich hier unten, indem ich jetzt sage Return und hier haben wir jetzt natürlich eine Berechnung und zwar unsere Berechnung ist, einmal unsere Client-Weite durch und dann unsere Window.innerWiz, weil wir wollen ja die Weite mal 100. In dem Moment, wenn ich das abspeichere und mir statt die X-Position jetzt unseren Prozentwert logge, sehen wir hier in der Seite bin ich fast bei 0, auf der anderen Seite bin ich fast bei 100, also unser Prozentwert funktioniert schon mal wunderbar. Das nächste, was wir jetzt brauchen, ist natürlich irgendeine Möglichkeit, das alles zu bewegen, zu animieren. Und hierfür haben wir unsere Image-Liste, die wir noch gar nicht verwenden. Das sage ich jetzt hier Images und sage For Each, also ich möchte gerne für jedes Bild, das war irgendwie falsch, machen wir nochmal richtig, so, für jedes Image möchte ich gerne eine Funktion aufrufen. In unserem Fall die Funktion, die ich aufrufen möchte, nennt sich Move Background. So, die rufe ich oben auf und die erwartet von uns zwei Parameter, einmal Image und einmal unseren Prozentwert. So, wer aufgepasst hat, diese Funktion existiert noch nicht, die müssen wir natürlich jetzt erstmal erstellen. So, die macht jetzt natürlich noch nichts, aber was genau möchten wir hier drin machen? Wir greifen hier als erstes mal auf unser Image zu und sagen hier, hey, das würden wir gerne animieren mit JavaScript. Und in dem Moment, wenn ich das aufrufe, müssen wir jetzt natürlich unsere Animation definieren, wie wir das in CSS auch machen, indem wir unsere CSS-Property, in diesem Fall Object Position, ansprechen. Und hier rufe ich einen Template-String auf, der uns ermöglicht, hier drin jetzt auf unseren Prozentwert zuzugreifen und fügen hier natürlich noch ein Prozentzeichen hinter. Und hierhin verändern wir das auf der Y-Achse gar nicht. Das bleibt so. Unsere Animation-Funktion in JavaScript erwartet noch eine Properties von uns. Und zwar einmal müssen wir sagen, FillForwards, was denselben Effekt hat wie die Animations-FillForwards-Funktion in CSS. Und natürlich eine Dauer. Unsere Dauer, sage ich jetzt einfach mal, sind 250 Millisekunden. Und wir wollen den Easing, und zwar ein Ease-In. In dem Moment speichere ich das jetzt ab. Und wenn ich jetzt mich hier bewege, sehen wir, unsere Bilder animieren sich wunderbar. Und wenn ich das jetzt in einer Fullscreen-Preview anzeige, sehen wir unseren finalen Effekt, auch mit dem Mouse-Over, der wunderbar funktioniert. Und ihr könnt die Stärke beispielsweise über einen Faktor in dem Prozentwert noch skalieren, also dass ihr gar nicht sagt, ihr wollt von 0 bis 100 skalieren, sondern vielleicht nur um 5%, so dass der Effekt ein bisschen gedämpfter. Ich persönlich finde aber diesen sehr dynamischen Parallax-Effekt wirklich sehr nett anzusehen. So, das war's wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasse da einen Daumen hoch, einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen oder Probleme habt, ganz ohne Videobeschreibung findet ihr jede Menge Social Media Links, wo ihr mich erreichen könnt, oder Affiliate- und Partnerseiten, wo ihr diese Shell supporten könnt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß.